Hi, ich begrüße euch zu meinem 42. Mitmach, Bewegungs, Mitsingen, Tralala Video. Jo, heute ist der letzte Tag im Oktober, der 31. Heute ist Halloween und draußen ist ein Wetter, das ist ganz okay. Ja, also was passiert heute? Keine Halloween Lieder mehr, weil dafür ist es zu spät. Dafür nochmal ein Laternen Lied Special, Nummer 3 diesmal. Und zunächst singe ich euch ein ganz, ganz tolles Lied, das ihr alle kennt, nämlich das Begrüßungslied. Danach ein Lied, das heißt, was ist schon eine kleine Laterne? Und darauf folgt dann ein Buchvorschlag von mir, den ich auch ganz besonders toll finde. Ja, dann ein Laternen Lied von mir zum Mitmachen und ganz zum Schluss der Klassiker kommt, wir wollen Laternen loppen von Rotzukowski, kennt ihr sicher alle. Äh, nee, nicht ganz zum Schluss, sondern ganz zum Schluss kommt natürlich mein Auf Wiedersehen Lied. Genau, also jetzt geht's los mit dem Begrüßungslied, wie ihr das wisst. Hallo, hallo, ich bin der Jürgen, guten Tag. Sagt ihr mir vielleicht auch mal guten Tag? Ja, und ihr kennt das ja schon. Bei drei sagt ihr mit mir zusammen zu mir guten Tag Jürgen. Und eins, zwei, drei, guten Tag Jürgen. Oh, wow, das hat mich wieder vom Hocker gehauen. Klasse habt ihr das gesagt mit mir zusammen. Ja, und was gibt es da anderes zu sagen als, ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Kinder. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Ja, bam, bam. Ja, und jetzt die Hände zum Klatschen bereit. Kennt ihr ja schon, oder? Okay, alles klar, klatschen. Eins, zwei, drei, drei, drei. Lalalalalalalalalala Ja, und ihr kennt ja alle dieses traditionelle, wunderschöne Grüßungslied. Jetzt werden erstmal eine Runde erhöht. Jo, also alle mal aufstehen, die hüten gleich mal an einem Sonntag Nachmittag bei Ebenmö, Hochdorf-Männlein. Ich hoffe, ihr habt die Zeit umgestellt. Wir haben heute nach einer Zeitumstellung, die nur wurde eine Stunde zurückgestellt. Also, jetzt ist es nicht irgendwie kurz nach drei, sondern kurz nach zwei. Ne, damit ihr Bescheid wissen. Also hier zumindest bei mir, jetzt soll das die Frage geben. Okay, jetzt werden also gehört, seid ihr soweit. Und... La, 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 la... Jau mai, jau mai, seid ihr wieder los gehüpft wie die Weltmeister? Klasse! Jetzt könnt ihr euch allerdings erstmal hinsetzen, denn jetzt kommt ein ganz tolles Laternenlied von einer Kollegin von mir. Die heißt Franziska Binder. Das hat sie ganz neu geschrieben. Und das Lied geht folgendermaßen. Was ist schon eine kleine Laterne? Was ist schon eine kleine Laterne im Dunkel dieser Nacht? Was hätte dieses winzige Lichtlein allein für eine Macht? Vielleicht entzünden sie ja noch andere, die leuchten mit und dann. Dann wird die Welt ein klein bisschen heller, wenn's jeder sehen kann. Was sind schon ein paar freundliche Worte in dieser lauten Welt? Was könnten die schon Großes bedeuten? Die kosten nicht mal Geld. Dann wird die Welt ein klein bisschen netter, wenn's jeder hören kann. Was ist schon eine kleine Umarmung? Eintrösten in der Norden. Ist das nicht eigentlich viel zu wenig? Ist das denn schon genug? Vielleicht ist das ja ein guter Anfang, der Folgen sprüht und dann. Dann wird die Welt ein klein bisschen wärmer, wenn's jeder fühlen kann. 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 Was? Ihr wollt nochmal die erste Strophe hören? Okay, dann kommt die erste Strophe nochmal. Das ist schon eine kleine Laterne im Dunkel dieser Nacht. Was hätte dieses winzige Lichtlein allein für eine Mal? Vielleicht entzündet sie ja noch andere, die leuchten mit Huntern. Dann wird die Welt ein klein bisschen heller, wenn's jeder sehen kann. Wenn's jeder sehen kann. Wenn's jeder sehen kann. Ja, ein ganz tolles Laternenlied, finde ich, das mal so ein bisschen von der anderen Seite alles beleuchtet. Also stellt so ein bisschen die Frage, was kann so ein kleines Lichtlein schon ausrichten auf dieser dunklen Welt? Aber wenn wir alle Laternen und alle Lichter zusammentun, dann wird es ganz hell. Und genauso ist es bei den freundlichen Worten und bei der kleinen Umarmung. Also wenn das alles alle machen würden, dann wäre es sehr viel friedlicher, freundlicher und toller auf dieser Welt. Okay, also jetzt komme ich zum Buchbauschlag für heute. Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren von Bernd Meierholz und Wolfgang Hering. Da steht's, ne? Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren erschienen im Alfred Verlag. Alfred Music, Lern, Teach, Play, alfredmusic.de ISBN-Nummer, zeige ich euch auch hier, guckt mal. Könnt ihr schön im Film abfotografieren. Lese ich euch jetzt nicht vor. Auf jeden Fall ein ganz tolles Lied, das in einer Neuauflage jetzt rausgekommen ist. Denn früher war dieses Lied zwei Bücher. Die hab ich ja auch. Die hab ich bloß schon so viel gebraucht, dass ich die schon auseinander gebaut habe. Früher hieß der eine Teil, nämlich Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren Nummer 1 mit CD. Hier so mit tollem Cover im Fockenreiter Verlag erschienen früher. Und ganz, ganz viele tolle Lieder drin. Das war das erste Buch. Jetzt zeige ich euch natürlich noch das Cover, das andere, alte Cover. Hier das zweite Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren Nummer 2. Ja, also ganz, 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 ganz viele tolle Lieder von Wolfgang Herig und Bernd Mayerholz. Auch ganz, ganz viele tolle Bilder drin. Und viel mehr gesagt, diese alten Cover, die sind nicht erschienen. Die sind neu zusammengefasst in diesem anderen Buch. Das zeige ich euch jetzt noch mal. Kinderlieder zum Einsteigen und Abfahren. Dieses Buch begleiten mich oder diese Bücher begleiten mich schon seit Jahren durch meine gesamte Kindermusikkarriere. Ganz, ganz, ganz tolle und viele Lieder drin. Okay, also das war das Kinderliederbuch für heute. Jetzt kommen wir zu einem Laternenlied von mir. Das ist das Mitmachlied für heute. Da müsst ihr nämlich alle hinterher singen. Das ist gar nicht so viel Bewegung, außer natürlich im Refrain. Da haben wir letzte Woche ja den Klassiker Sonne, Mond und Sterne gemacht. Wisst ihr noch Bewegung? Sonne, Mond und Sterne. Das müsst ihr heute in dem Lied aber ganz schnell dann machen, weil das Lied ein bisschen flotter ist. Ja, und vor allen Dingen müsst ihr immer jede Zeile nachsingen. Also ich sing mal vor. Heute ist Laternen-Tag. Dann müsst ihr singen. Heute ist Laternen-Tag. Und wir laufen durch die Stadt. Und jetzt ihr. Und wir laufen. Und so weiter. Und den Refrain, den singen wir dann zusammen. Okay, es geht los. Seid ihr soweit? Eins, zwei, drei. Oh. Heute ist Laternen-Tag. Heute ist Laternen-Tag. Und wir laufen durch die Stadt. Und wir laufen durch die Stadt. Wir singen unsere Lieder laut. Singen unsere Lieder laut. Dass auch jeder zu uns schaut. Dass auch jeder zu uns schaut. Die Laternen leugnen schön. Die Laternen leugnen schön. Und wenn wir durch die Straßen gehen. Wenn wir durch die Straßen gehen. Oh. Hallo Leute, kommt lauf mit. Hallo Leute, kommt lauf mit. Laternenlaufen ist der Hit. Und ihr Laternenlaufen ist der Hit. Laternen, Laternen. Sonnen, Mond und Sterne. Ja, das kennen wir. Und das singen wir hier. Laternen, Laternen. Sonnen, Mond und Sterne. Ja, das kennen wir gut. Das ist ein alter Hut. Habt ihr gemacht? Laternen, Laternen, Sonnen, Mond und Sterne. Laternen, Laternen. Sonnen, Mond und Sterne. Ja, habt ihr die Bewegung bekommen? Super. Und weiter geht's. Rot und grün und blau und gelb. Rot und grün und blau und gelb. Leuchtet die Laternenwelt. Leuchtet die Laternenwelt. Die Gesichter leuchtet mit. Hey, die Gesichter leuchtet mit. Freude strahlt bei jedem Schritt. Freude strahlt bei jedem Schritt. Laternen, Laternen. Hey, Sonnen, Mond und Sterne. Ja, das kennen wir. Und das singen wir hier. Laternen, Laternen. Hey, Sonnen, Mond und Sterne. Ja, das kennt wir gut. Das ist ein alter Hut. Und dann mögen wir jetzt noch die Lala-Schloppen mit. Hey! La, 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 la. Whoa! La, 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 la. La, 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 la. Lo, la, 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 la. Hey! Lo, 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 lo und Sterne. Ja, das kennen wir gut. Das ist ein alter Hut. Das ist ein alter Hut. Das ist ein alter Hut. Haha, genau. Wow, jetzt seid ihr bestimmt ganz schön außer Puste vom vielen Mitsingen. Jetzt singe ich euch den Klassiker für heute. Der heißt Komm, wir wollen Laterne laufen. Den hat seinerzeit Rolf Zukowski geschrieben und das ist auch ein ganz, ganz, ganz tolles Lied. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Zündet eure Kerzen an. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Wenn du Kind und Frau und Mann. Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne. Bis in weite Ferne übers ganze Land. Hey, er soll uns hören. Kann sich gern beschweren. Diese Pächer gönnen. Oh, das ist Alarm. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Dies ist unsere schönste Zeit. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Alle sind bereit. Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne. Bis in weite Ferne übers ganze Land. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Jeder soll uns hören. Kann sich gern beschweren. Diese Pächer gönnen. Das ist Alarm. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Heute bleibt. Heute bleibt das Pferd sehen aus. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Keiner bleibt zu Haus. Nee, nee. Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne. Bis in weite Ferne übers ganze Land. Jeder soll uns hören. Kann sich gern beschweren. Ja, diesem Rechen gehören. Das ist Alarm. Hey! Und wir wollen Laterne laufen. Nein, wir fürchten nicht die Nacht. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Das wär' doch gelacht. Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne. Bis in weite Ferne übers ganze Land. Jeder soll uns hören. Kann sich gern beschweren. Diesem Rechen gehören. Das ist Alarm. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Bis das letzte Licht verglüht. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Kommt, wir wollen Laterne laufen. Singt mit uns das Lied. Und alle! Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne. Bis in weite Ferne. Übers ganze Land. Und jeder soll uns hören. Jeder soll uns hören. Kann sich gern beschweren. Diesem Brechen gehören. Das ist Alarm. Das ist Alarm. Diese Brechen gehören. Das ist Alarm. Diese Brechen gehören. Das ist Alarm. Das ist Alarm. Ja, auch vom Inhalt her ein ganz, ganz, ganz tolles Laterne Lied. Wie ich finde, hat er Rolf Zukowski gemacht. Genau. Ich hoffe, ihr habt viel mitgesungen und mitgeklatscht. Das würde mich freuen. Und ich fand das natürlich wieder toll, wie ihr mitgemacht habt. Heute beim 42. Mitmach, Bewegungs, Mitsingen, Tralala Video. Das war wieder eine tolle Sache. Also, Dankeschön an euch von mir von ganzem Herzen. Ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als das Abschiedslied zu singen. Wollte auch eben sagen, bei dem Lied eben bin ich am Anfang nicht so ganz reingekommen, weil das Lied vorher mich noch so mitgenommen hat. Da spart man da so ein bisschen Schwierigkeiten. Okay, jetzt war euch das Abschied. Seid ihr soweit? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, wird euch Lukas heute wieder schön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, mit euch Lukas heute wieder schön. Hey, hier mit euch zu hüpfen und hüpfen, 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 hüpfen. Und hier mit euch zu fliegen, ja, wir fliegen eine Runde. Und hier mit euch zu fliegen, hüpfen, 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 hüpfen. Es sind nicht mal so gemächt mit euch, Wie wait a minute, die auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen weniger zäst du blickst der Mind. Bow... Bis zum Niesmann! Tschüss!